Was lohnt sich, denn Sie bekommen für den Kaufpreis von 29,90 den kleinen Aufsatz, den mittleren und den großen Aufsatz und ganz wichtig für die schwierig zugängigen Stellen die Verlängerung. Also wenn Sie oben den Schrank sauber machen wollen oder unterm Schrank, dann kriegen Sie auch diese Verlängerung dazu und es ist wirklich so einfach. Ich meine, wir haben zwar eine Beschreibung dabei, aber ich glaube, die brauchen Sie gar nicht. Ich meine, ich bin technisch nicht so begabt, aber ich habe das sofort kapiert, wie es geht. Also das ist wirklich sehr, sehr einfach. Dann nehmen Sie den und eventuell sogar noch hier die Verlängerung dazu. Einfach gut bleiben. Einfach einsetzen. Ne, Moment, jetzt habe ich was falsch gemacht. So, diesen grünen Griff hier drauf und das hier hoch. Na nun, stopp doch mal. Was mache ich denn jetzt falsch? So. Nein, das will ich jetzt nicht. Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Ich glaube, ich muss das erst abnehmen und dann da rein machen. So, und dann das hier hoch. So, jetzt. Ja, ich sage ja, ich bin technisch kein Wunderkind, aber so. Einfach hier rein. Jetzt mache ich das nochmal in Ruhe. Hier so rein. Den grünen Knopf auf den grünen Knopf. Das hier hoch schieben und dann den Aufsatz. Nein, ich wollte den großen nehmen. Den großen Aufsatz darauf. Und schon. Hier ist da unten auch nochmal an der Verlängerung der Knopf. Und Sie drücken drauf und schon geht es los. Ich meine, ich bin technisch nicht so begabt, aber ich habe das sofort kapiert, wie es geht. Entschuldigen Sie, meine Damen und Herren. Vielen Dank.